It's your boy Skinny P. Willkommen zu einem weiteren CSGO Giveaway hier auf dem YouTube-Kanal. Also es wird auf YouTube stattfinden und nicht auf Twitch. Es geht um eine Desolate Space, die ihr jetzt hier gerade seht. Ich verschwinde hinter der Desolate Space, mal kurz. Die ganze Sache läuft so wie immer ab. Ich erkläre es auch gleich nochmal kurz für die ganz neuen. Aber zuerst sollt ihr natürlich kurz dieses wunderschöne Teil sehen. Und im sonstigen Hintergrund seht ihr wie so oft ein Arms Race auf dieser Schneemap. Ist ziemlich eng geworden am Ende. War leicht unangenehm mit dieser Scheißeneinverein. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es uns verreckend nicht. Ich erinnere hier auch direkt noch an den Livestream, bevor ich erkläre, wie das Giveaway funktioniert. Der Livestream ist heute Abend um 18 Uhr. Die Livestream-Zeiten sind generell jeden Dienstag und jeden Donnerstag auf 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 22 Uhr. Dienstags und Donnerstags geht es im Schnitt drei Stunden. Also von 18 bis 21 Uhr. Freitags machen wir Open End. Da haben wir gerade letzten Freitag auch wieder sieben Stunden reingedönt. Also bis Samstagmorgen. Macht immer ein Heide Spaß. Seid dabei, da gibt es auch immer Giveaways. Also in jedem Stream gibt es extra Giveaways. Diese Giveaways sind für alle, also egal ob man Follower ist oder nicht, Abonnent oder nicht und so weiter und so fort. Und da gibt es noch ganz spezielle Geschenke eben an Subscriber. Heute Abend gibt es zum Beispiel unter anderem für alle eine AWP Mortis. Um das mal genannt zu haben. Ja, so kommt mal dazu, Kinder. Dieses Giveaway läuft so wie alle YouTube-Giveaways auch. Das Ganze baut auf Aktivität auf. Das heißt, wer hier aktiv ist auf diesem YouTube-Kanal, also sprich die Videos schaut und kommentiert, der ist mit auf der Gewinnerseite. Und wer das nicht macht, der kann nicht gewinnen. Also wer hier nur drunter schreibt, ich mach mit oder so und sich dann nie wieder meldet, hat natürlich automatisch keine Chance, das hier überhaupt zu gewinnen. Man muss aktiv sein auf dem YouTube-Kanal, solange wie dieses Giveaway läuft. Ich sag gleich noch, wie lange es insgesamt laufen wird. Natürlich geht es auch um die Güte der Kommentare. Also ich kann natürlich mittlerweile mit den Jahren der Erfahrungen hier, die ich auf YouTube gesammelt habe, kann ich herauslesen, ob jemand das Video geschaut hat und deswegen kommentiert oder ob er einfach nur irgendeinen Scheiß schreibt, um was geschrieben zu haben. Also wer praktisch unter jedes folgende Video einfach nur schreibt, nice oder GG oder gut gemacht, der ist auch nicht mit von der Gewinnerpartie. In allen meinen Videos gibt es irgendwas, wozu man was schreiben kann, auch wenn es nur ein Satz ist oder irgendwas ganz Geines, meistens stelle ich eine Frage oder es geht generell um irgendeinen Sachverhalt, wo man seine eigene Meinung dazu schreiben kann und so weiter und so fort. Und ich würde auch sagen, dass meine Videos jetzt nicht gerade irgendwie extrem langweilig oder sowas sind, von daher kann man die sich auch schon geben und eben dann dementsprechend auch kommentieren. Vor allem die Macht-Spaß-Playlist lege ich euch natürlich ans Herz, wobei natürlich auch der ganze CSGO-Kram und so weiter und so fort nicht schlecht ist. Abonnent müsst ihr für dieses Giveaway nicht sein, hier auf YouTube. Das ist egal, ob ihr abonniert habt oder nicht. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr halt eher mit, dass ein neues Video kam. Also ich lade jeden Tag eins hoch und halt nicht immer zu festen Zeiten. Ich versuche oder ich würde gerne jeden Tag um 17.45 Uhr hochladen, aber es klappt leider nicht immer so, wie ich will. Deswegen ist dann natürlich in dem Fall, um etwas nicht zu verpassen, sowas nicht schlecht, aber es muss nicht sein. Also auch Nicht-Abonnenten können gewinnen. Und Like oder Nicht-Like ist mir auch völlig egal. Ob ihr die Videos jetzt mögt oder nicht, ist euch überlassen und hat auch nichts mit dem Gewinn zu tun. Also wenn ihr jetzt hier oder sonst wo ein Like drauf gebt oder auch nicht oder ein Dislike, dann hat das auch nichts mit der Gewinnchance zu tun. Aktiv sein ist gut. Und wer irgendwie große Fehler in meinen Videos findet und da deswegen einen Daumen runter gibt und mir schreibt, hey übrigens, ich muss da jetzt einen Daumen runter geben, weil, ne, das ist konstruktive Kritik, die ich sehr gerne annehme. Das Giveaway läuft diesmal ausnahmsweise zwölf Tage und nicht zehn, denn genau in zwölf Tagen kann ich meinen Kram abgeben, den ich noch abgeben muss fürs Studium. Und dann habe ich erstmal wieder den Rücken frei. Von daher, bis zum 28. geht die Geschichte. Bis dahin sollte man versuchen, so aktiv wie möglich zu sein. Ich kann es natürlich verstehen, dass man nicht, also dass manche nicht jeden Tag reingucken können. Wobei sich meine Videos auch insgesamt sehr kurz halten. Also wenn ich hier mal ein 10-Minuten-Video mache, dann ist es schon eher selten. Dann ist es vielleicht ein Podcast oder so. Die meisten Sachen liegen bei 5 Minuten. Und ja, ich glaube, dass das gar nicht zu viel verlangt, zu sagen, hey, ja, oh, 5 Minuten täglich könnte man ja fast schon leisten. Aber man muss es trotzdem nicht machen. Das macht mir auch nichts aus, wenn man jetzt halt mal ein, zwei Sachen nicht gesehen hat beziehungsweise nicht kommentiert hat, wie auch immer. Also man muss da nicht die hundertprozentige Streak durchziehen, um am Start zu sein. Aber natürlich gibt es halt extra Punkte, wenn man das macht. Auch wenn man in die Streams geht, habe ich natürlich nochmal den Namen im Kopf. Sofern man auf Twitch ähnlich heißt wie hier auf YouTube. Wenn ihr auf Twitch halt Hans Wurst heißt und hier Jacqueline, dann ist es für mich schwierig, das zu verbinden, diese Namen. Also solltet ihr entweder gleich heißen oder mir halt dann auf Twitch und hier auf YouTube schreiben, wie ihr jeweils dem anderen heißt. Das war es eigentlich soweit. Ich muss jetzt gerade wieder etwas Druck machen, weil ich mich heute wirklich wieder verdödelt habe. Ich habe unten in der Garage ein bisschen rumgewerkelt. Ich will das Mofa von meiner Freundin fertig bekommen, dass wir zu zweit fahren können. Und ja, da habe ich mich heute an die Bremse gemacht und an die Lager vom Vorderrad. Und ich wollte eigentlich nur eine Dreiviertelstunde und auf einmal sind zweieinhalb Stunden rum. Und jetzt ist er gleich Stream. Deswegen, zack, zack, in die Startlöcher kommen. Um 18 Uhr geht es los. Link steht in der Beschreibung und wird auch im ersten Kommentar ganz oben angepinnt. Also, wenn ihr in die Kommentare scrollt, ist mein angepinnter Kommentar der erste mit diesem Link zum Livestream. Schaut rein. Bis jetzt hat das, glaube ich, noch niemandem geschadet. Es gibt sogar einige, die von YouTube auf Twitch kamen und auf Twitch aktiver sind oder fast nur noch auf Twitch sind und gar nicht mehr so viele auf YouTube unterwegs. Natürlich freue ich mich, wenn man überall ist auf Twitch, YouTube, Twitter, Instagram. Ist aber euch überlassen. Macht, wie ihr das wollt. Macht euch auch keinen Stress. Giveaways gibt es hier ständig. Es gibt zwölf Sachen jede Woche schon. Allein in den Streams. Und auf YouTube halt auch und so weiter und so fort. Für Twitch-Abonnenten gibt es auch noch mal jede Woche ein extra Geschenk. Also an einen von den Abonnenten und so weiter und so fort. Also es gibt viele Möglichkeiten. Darum verzagt nicht, wenn ihr jetzt sagt, shit, ich kann hier gar nicht dran teilnehmen. Aber irgendwie finde ich den ganz lustig. Dann könnt ihr auch... Bis gleich. Vielen lieben Dank an Angraben. Manuswin Christian Day. Gameboy. See ya, Kusa. Was? Go Liquors. Adrian. Anitus Julian. Sebastian. Nico. Minuswin��在 Na 첫nacht. Hat pode Handla Kill fire. girderts. If you need this live, Sebastian, Nico, Minuswin, Noa, Kurt, or J Feet. I'm everywhere. Wow.